Hey Leute und herzlich Willkommen bei HardwareDeals. Heute wie versprochen mit der Verlosung zu diesem Schätzchen hier, also dem Gaming-Pisä mit dem i7 und GTX 1060 Killer, den ich euch ja gestern vorgestellt habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat sollte das auf jeden Fall nachholen, der PC ist jedenfalls schnell genug für alle aktuellen Spiele in hohen bis sehr hohen Einstellungen und dank des starken Prozessors hat er auch genug Power für Videoschnitt und Rendering. Das Teil hat außerdem eine SSD, 10 GB RAM und macht zumindest wie ich finde auch optisch einiges her. Der Gewinner bekommt den PC von mir natürlich fertig aufgesetzt mit Windows 10, damit er direkt loslegen kann. Und ich sag es ganz ehrlich, mir tut es schon fast ein bisschen weh, das Teil zu verlosen, weil da mittlerweile einfach so viel Zeit in dem Projekt drin steckt und das wirklich einer meiner absoluten Lieblings-PCs ist, den ihr da gewinnen könnt. Der Gewinner bekommt hier also wirklich was Besonderes geboten und um zu gewinnen, machen wir das wie auch bei den letzten Verlosungen. Und zwar ist mitmachen ganz einfach, ihr müsst einfach nur den Kanal abonnieren bzw. habt ihr ihn hoffentlich schon abonniert und einen Kommentar unter diesem Video hier verfassen. Am besten abonniert ihr auch noch meine Facebook-Seite, damit ihr schnell mitbekommt, wenn ihr gewonnen habt und ihr müsst euch hier keine großartigen Geschichten ausdenken oder so, aber ich werde es dieses Mal bei der Auslosung wieder so machen, dass 5 Kommentare vom Zufall gezogen werden und 5 Stück, die mir besonders gut gefallen, wähle ich selbst aus. Und aus diesen insgesamt 10 Leuten entscheidet dann wiederum der Zufall, wer den PC am Ende gewonnen hat. Es bringt also auf jeden Fall wieder was, ein bisschen kreativ zu sein, aber an sich reicht es auch einfach nur zu schreiben, dass ihr gewinnen wollt. Das Gewinnspiel läuft knapp zwei Wochen bis zum 1. Dezember um 20 Uhr und der Gewinner wird dann auf Facebook bekannt gegeben und natürlich auch hier auf YouTube von mir kontaktiert. Mitmachen kann übrigens jeder, ganz egal ob unter 18 oder nicht und die ganzen restlichen Infos findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und damit war's das jetzt auch von meiner Seite, ich wünsche euch allen viel Glück und ich sehe euch hoffentlich im nächsten Video.